In Berlin, in unserem Hauptstadtstudio bei Christiane Meyers, heute Morgen Marie-Louise Beck. Sie ist Obfrau der Grünen im Außenausschuss des Bundestages und sie selbst ist schon Ziel eines Hackerangriffs geworden. Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen Susanne. Ja, und Marie-Louise Beck ist die allererste, bei der das offen geworden ist. Und sie ist auch zum ersten Mal diejenige, die darüber redet, wie es ihr ergangen ist. Guten Morgen, Frau Beck. Guten Morgen, Frau Meier. Wie haben Sie gemerkt, dass Ihr Büro gehackt wurde? Ich bin vom Bundestagspräsidium angesprochen worden, dass in meinem Büro offenbar auf einen Rechner Zugriffe durch ein Virus namens Miniduke beobachtet worden sind. Und wissen Sie eigentlich bis heute, was dahinter steckt, wer das gewesen ist? Zunächst einmal, das ist zweieinhalb Jahre her, gab es nicht mehr als die Identifikation dieses sogenannten Miniduke. Und die Vermutung, dass es einen nachrichtendienstlichen Hintergrund haben könnte, damit war der Fall dann aber zunächst erledigt. Und ich bin erst dann, zwei Jahre später, durch einen amerikanischen Fernsehsender darauf aufmerksam gemacht worden, dass dieser Angriff von einer Hackergruppe stammt, die auch die Clinton-Kampagne gehackt hat. Und bin also von außen darauf aufmerksam gemacht worden, dass da inzwischen neue Erkenntnisse vorliegen. Und bei der Clinton-Kampagne ging es darum, dass vermutet wird, dass diese Angriffe aus Russland kommen. Ist das bei Ihnen eigentlich auch eine naheliegende Vermutung? Denn Sie machen ja selber eine Menge Außenpolitik, insbesondere im Hinblick auf die Ukraine. Ja, inzwischen wird mir doch die Information gegeben, dass es verdichtete Hinweise darauf gibt, dass es um nachrichtendienstliche Interventionen sich handeln muss. Denn dieser Zugriff ist hochkomplex, kann also nicht von irgendwelchen Privatpersonen gemacht werden. Und es passt auch zusammen mein Arbeitsprofil. Ich arbeite ja überwiegend zu Osteuropa mit Menschenrechtsgruppen, mit Dissidenten. Das interessiert natürlich Nachrichtendienste aus Russland. Wie viele Sorgen machen Sie sich denn, dass bei Ihnen jetzt zum Beispiel Daten abgeriffen werden, die auch vertraulich sind? Das ist das Schwierige, dass ich keine Kenntnis davon habe, ob mein Büro eigentlich wie eine Postkarte funktioniert, ob Telefonate, ob nach wie vor von Rechnern Daten abfließen. Und das beunruhigt mich weniger meinetwegen, aber mehr wegen der Dissidenten und Bürgerrechtler in Russland vor allen Dingen, aber auch in Belarus, die natürlich immer vor dem Zugriff des Staates gewahrt sein müssen und die ich eigentlich schützen müsste. Wenn hier Daten abfließen, gefährde ich die Menschen dort. Und dann kommt noch dazu eine Sorge, die sich auch der Bundesverfassungsschutz macht, dass Daten von Abgeordneten vielleicht im Wahlkampf benutzt werden könnten, um sie zu erpressen. Ja, das hat natürlich eine gewisse Plausibilität. Man braucht ja nur eine Geliebte oder einen Geliebten im Büro zu haben, von dem der eigentliche Partner lieber nichts erfahren sollte. Und wenn dann solche Daten bekannt sind, dann kann das durchaus als Druckmittel genutzt werden. Aber wie ist Ihre politische Bewertung? Können wir denn das einfach so hinnehmen, dass wir sagen, es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass es Russland war und es gibt überhaupt sehr viele Hinweise darauf, dass es passiert? Oder müssen wir irgendwann auch mal eine politische Konsequenz daraus ziehen? Ja, also ich hoffe, dass das Tempo der Aufklärung etwas zunimmt. Denn wie gesagt, das ist bei mir zweieinhalb Jahre her. Zwei Jahre ruht der See sehr still. Wir haben, glaube ich, die Schlagkraft dieser Form von Interventionen politisch zu spät erkannt. Und ich hoffe, dass das amerikanische Beispiel uns im kommenden Wahljahr eine Lehre ist und wirklich alle Mittel eingesetzt werden, damit wir uns schützen können. Russlands Außenminister Lavrov hat ja gesagt, unsere Bundeskanzlerin hätte das für alles für Unsinn erklärt, diese Zuweisung an Russland, was sie aber gar nicht getan hat. Also eigentlich auch schon wieder ein Beispiel für Desinformation. Muss man nicht mal mit den Russen reden? Es wird darüber ja gesprochen. Wir alle kennen den Fall Lisa. Das ist, glaube ich, der offensichtlichste gewesen. Und da ist der russische Außenminister selber derjenige gewesen, der die Kampagne angeführt hat. Also derzeit fahren die Russen mit diesem Modell, weil sie es klug, intelligent und damit wirkungsvoll machen, ziemlich gut. Und das ist das Erschreckende. Dankeschön. Marie-Louise Beck war das aus dem Bundestag, die als erste gehackt worden ist. Ja, viele Grüße nach Russland und nach Köln. Ja, viele Grüße nach Russland und nach Köln.